Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und Svizepors sprach von einer guten Idee, allerdings könnten Spenden eine höhere Besteuerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Saudi-Arabien hat den Datenverkehr über Mobiltelefone zeitweise eingestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017